Hey Leute, wir haben euch vermisst. Nach einer kleinen Pause melden wir uns zurück. König und Priester sind wieder auf Heldenreisetour. Und zwar bald schon vielleicht in deiner Nähe. Am 3.5. in Erfurt. Am 4.5. in Marienberg. Und am 5.5. in Offenheim. Come on, Leute, wenn wir euch da nicht sehen, dann checkt doch bitte unsere Homepage ab. Unter Termine findet ihr alle unsere Gigs. Und vielleicht sind wir bald in deiner Nähe. Bis bald, wir freuen uns auf dich. Ciao! Ich bin da an dein Herz, Jesu. Ich bin da an dein Herz.